Willkommen zurück zu einem weiteren Shiny Pokemon Video von mir und diesmal ist es ein Shiny Arctos nach 851 Encountern Holy Shit oder Software Sets und wir werden das Ding natürlich in dem Tauchball fangen, no doubt about it Holy Shit Bleib einfach drin, bleib einfach drin Mehr brauche ich gar nicht, bleib einfach drin Mehr will ich gar nicht Der Tauchball funktioniert für dich perfekt, Bro Du bist auf 1 HP runter, Digga Komm schon Ich habe sogar einen roten Catch, die dich eingesetzt Eins Komm schon, komm schon, bleib einfach ein Ball Come on Oh, er kriegt ein Boost? Okay, lol Komm schon, Tauchball Bleib einfach drin, bleib einfach drin, bleib einfach drin, bleib einfach drin Eins Zwei Bitte Ich hätte mir vielleicht aufschreiben sollen, wie viel AP er hat Oder S Hat er kein Geschlecht Bleib einfach im Ball, come on Eins Zwei Haha, warum Ich habe kein, ich habe kein, warum habe ich nicht mit Pikachu mitgenommen? Da hätte ich das Ding locker paralysieren können Jetzt schlage ich mich mit Arctus rum Kann ich nicht einfach ein Critical Capture bekommen? Lol Ich habe sogar einen roten Catch verwendet, aber nein Darauf reagiert er nicht Ich hätte vielleicht auch noch mein Ding, mein Paragoni mitnehmen sollen Mit, äh Äh Yonago Beere Dann hätte ich das Ganze nämlich ewig weitermachen können Eins Zwei Immer zweimal und dann ist fertig Warum? Danke Absol, dass du jetzt so eiser starrst Das hat mir gerade noch gefehlt Nach 15 Tauchbällen wechsle ich zu Hyperbällen Ich mache da nicht großartig rum Timerbälle, Timerbälle habe ich vergessen Komm schon, geh in den Ball Eins Zwei Drei Yes Schön, geh in die Arctus, oh mein Guinness So, brauchst du nicht lernen, raus Raus Nein Team aufgenommen, perfekt So Los geht's In die eigene Welt zurückkehren Schnell Schnell in die eigene Welt zurückkehren Schnell Nicht fliegen Ich packe den kurz nach vorne in den Boy Ich hoffe, dass Synchro gewirkt hat Synchro hat Nicht gewirkt Aber das ist nicht so tragisch Es hat Trotzdem ein positives Spätz-Attack gewesen Es mag vielleicht noch gut sein Dafür geht die Dev runter Wobei die Dev ist bei Arctus nicht derart wichtig Ich meine Es ist ein ziemlich Ja Es ist eigentlich nur auf der speziellen Seite bulky Das heißt, es juckt eigentlich nicht allzu sehr Komm, jetzt noch schnell auswerfen Holy Shit Holy Shit Shiny Arctus 851 Softresets Holy Shit Holy Moly, Alter Holy Moly Das ist stabil Das ist richtig stabil Eigentlich So Eventuell Wir noch speichern Ganz cool So Back to back Shiny Können wir es hoffen Ich glaube nicht Nein Reguläres Pelipper Shiny Articuno Ja Damit würde ich sagen Das war es mit diesem Video Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin Ciao Ciao